Ja, liebe Freunde, wir melden uns heute aus Suhl. Neben mir steht Jürgen Treutler, unser Bundeswahldirektkandidat für diesen Wahlkreis. Und wir haben heute Nachmittag noch ein Familienfest im Rahmen des Wahlkampfs. Aber vorher haben sich Jürgen und ich vorgenommen, nochmal richtig hier Straßenwahlkampf zu machen. Dazu haben wir einen eigenen Flyer Neudeutschland, ein eigenes Faltblatt erstellt, wo unsere Positionen gerade im Bereich der Südpolitik nochmal für den Bürger verständlich zusammengefasst sind. Denn dieses Thema ist hier in Suhl extrem heiß. Jürgen, warum? Warum? Wir hatten mehrere Informationsstände am Diana-Brunnen in Suhl. Viele Bürger kamen auf uns zu und richteten die Bitte an uns. AfD, bitte helft uns beim Schließen dieser Erstaufnahmeeinrichtung. Genau, wir haben nämlich hier in Suhl die zentrale Erstaufnahmeeinrichtung des Freistaats Thüringen. Suhl ist deswegen leider auch ein Kriminalitätsschwerpunkt geworden in den letzten sieben Jahren. Seit 2014 gibt es diese Erstaufnahmeeinrichtung. Die Polizei registrierte über 1000 Taten, die Heimbewohnern zugerechnet werden. Und das belastet natürlich die Menschen hier in Suhl. Als AfD-Fraktion im Thüringer Landtag haben wir uns das Thema auch zur Chefsache angenommen und haben Anträge geschrieben. Wir wollen beispielsweise die gewaltbereiten kriminellen Zuwanderer fernabgemeindlicher Infrastruktur unterbringen, um die einheimische Bevölkerung zu schützen. All unsere Anträge sind leider von den Altfraktionen, von der SED bis zur CDU abgelehnt worden. Aber wir kümmern uns hier als AfD trotzdem um die Probleme der Menschen vor Ort und sind jetzt in Suhl unterwegs. Wo sind wir ganz genau, Jürgen? Wir sind auf dem Friedberg unterhalb der Erstaufnahmeeinrichtung in einem Wohngebiet. Die Bürger am Diana-Stand borden uns AfD, ihr seid unsere letzte Hoffnung. Bitte helft uns. Das wollen wir tun, wie gesagt, erstmal mit Aufklärungsmaterialien. Und ich denke, das ein oder andere Gespräch mit interessierten Bürgern wird sicherlich hier gleich auch noch stattfinden können. Also wir freuen uns auf unseren Straßenleihend-Einsatz, bevor es dann gleich weitergeht zum Familienfest im Rahmen des Bundestagswahlkampfes in Suhl. Beste Grüße hier aus Suhl-Friedberg, euer Björn Höcke und Jürgen Treudler, euer Direktkandidat für den Wahlkreis 196.